Schaffe ich erst in Mario Kartak Deluxe den ersten Platz zu erreichen, ohne einmal zu blinzeln? Jetzt bin ich aber gespannt. Mal gucken, ob wir das kriegen. First Try? Ich weiß ja nicht. Ich hoffe, man sieht, dass ich meine Augen offen halte. Das ist deutlich schwerer, als ich mir vorgestellt habe. Wir versuchen es einfach nochmal. Augen in... Digga! Gerade wenn man sagt, man darf nicht blinzeln, blinzelt man halt einfach. Das ist halt eben das Problem. Ich muss mich echt einfach nur entspannen. Digga! Das ist viel zu schwer. Ey. Das kann doch nicht sein. Ist es das Licht? Muss ich mein Licht ausmachen? Ich gebe mein Bestes. Ich gebe jetzt einfach mein Bestes. Eine Runde wenigstens. Ich habe es mir wirklich viel, viel leichter vorgestellt. Viel, 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 viel leichter. Sobald ich mich nur aufs Spielen konzentriere, ist es vorbei. Ich blinzle lauter. Ich darf mich nicht aufs Spiel konzentrieren. Ich muss mich wirklich auf die Augen konzentrieren. Ich schaffe keine Runde. Ich bin nicht aufs Spiel konzentrieren. Let's go, let's go. Langsam brennt. Es ist machbar. Ich hab grad dauerhaft ununterbrochen, unbewusst geblinzelt Ich bin sehr geschreit, ich hab fast geweint Wir sind fast die Tränen gekommen, ey Ach du Scheiße Ich hab auf jeden Fall geblinzelt Ich hab's einfach nicht bemerkt Okay, wir probieren's einfach weiterhin So, während ihr zuseht, ob ich das wirklich schaffe Erzähle ich euch eine der besten Nintendo Witze, die ich jemals gehört habe Nummer 1 Warum kann man im Sommer nicht Nintendo spielen? Weil die Nintendo schwitzt Wow, der war wirklich ein Banger Aber ich hab noch einen auf Lager Nummer 2 Warum ist Steve aus Minecraft immer so fit? Weil er öfters um den Block läuft Das war ein richtiger Schenkelklopfer Nummer 3 Warum ist Ganondorf so selten online? Es gibt ihm da einfach zu viele Links Mir sind die Tränen vor Lachen gekoffert, Leute Wie fandet ihr den? Wenn ihr auch noch Witze habt, schreibt sie gerne in die Kommentare Let's go! Let's go! Nice! Danke, dass ihr dabei wart Wenn ihr noch mehr Challenges habt, die ich machen soll Ohne zu blinzeln, schreibt sie gerne in die Kommentare Abonnieren und liken nicht vergessen Yahoo! Woohoo!